5.000 km in 100 Tagen durch 13 Länder. Vier Freunde erleben eine eindrucksvolle Reise auf ihren Fahrrädern. 5.000 km in 100 Tagen durch 13 Jahre Hallo! Nice to meet you! Hallo! Hallo! Good evening! Hello! Chris, nice to meet you! Nice to meet you! Osnir! 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 Willi kristigte dir von dir! Jesus! Servant! Ah, you like the camera, right? Ah, yes! Nice to meet you! No, do something stupid! Okay, that was cool! Ich habe so viele, so viele Probleme mit Gummeltisch und das ist sehr schwer für mich! Tick! Jetzt, wir haben Tick! Fischer oder? Fischer! Raffi, dich! Er ist der Fisch! 100kg- Er ist der Fisch! Raffi, dich! Es war so frustrating! Oh, ja? Du bist der Fisch? Ja! Ja, natürlich! Bape. Na, ich bin genauer! Na es war keine Leid! Wir reden. Bye, bei! Bye! Adios! Au revoir! Adeleaktion! Teşekkür ederim! Es ist wirklich unglaublich, Vollgas durch Istanbul. Es ist gar nicht einfach, wenn man auf alles schauen muss. Drei, zwei, eins, 3000! Yes! 3000 Kilometer! Wow! Come on! 2,000! 5,000 Kilometer! So, endlich in Istanbul angekommen, jetzt nehmen wir mal die Stadt auseinander. Jedenfalls sehr komisch, dann einfach mal so rumzulaufen, ohne aufs Fahrrad zu achten, ohne eins dabei zu haben. Ja, das hat uns jetzt schon verzaubert nach ungefähr 10 Minuten. Taxi-Place! Das Feeling hier ist umschleifig, oder? Ich fühle mich irgendwie so mini auf einmal. Tschüss! Tschüssi-Place! Chのでitagen thatken.